Hallo zusammen. Heute gibt es Sauerkraut, Kartoffelpüree und Nürnbergerle, also Roche Bratwürste. Die Sauerkraut aus dem Gefrierschrank, Kartoffelpüree frisch gekocht und die Nürnbergerle, die brauchen wir nur anbraten. Für das Kartoffelpüree brauchen wir mehlig kochende Kartoffeln. Ich bin nicht nur in Friedrich-Hölderlins Geburtsstadt zu Hause und in einer Weinbaugemeinde, große Weinbaugemeinde. Wir haben auch viele Kartoffelbauern. Also hole ich meine Kartoffeln auch beim Bauern. Ja, ich habe jetzt sehr viele Kartoffeln gekocht oder werde ich noch kochen. Es gibt zwei Gerichte im Grund genommen. Erstmal jetzt mit Sauerkraut und Kartoffelpüree und den Rest verarbeite ich dann zu Buberspitzler. Das heißt auf Deutsch gesagt zu Schupfnudeln. Aber solange die Kartoffeln kochen, den Rest alles vorbereiten. Da brauchen wir die Sahne, das Sauerkraut natürlich, Salz, die Würstler, sehr wichtig. Und die Presse für die Kartoffeln zum Durchpressen fürs Püree. So, die Kartoffeln sind fertig. Die werden jetzt abgeleert aufs Entsieb und gleich in der Kartoffelkochschüssel kommt dann die Sahne dazu. Wird aufgekocht. Etwas Salz noch dazu geben und natürlich gleich frisch gerieben Muskat dazu. Das wird gut heiß gemacht und dann werden die Kartoffeln mit der Presse einfach reingedrückt, durchgerührt, abgeschmeckt und fertig ist das Kartoffelpüree. Wer keine Sahne zu Hause hat, der kann auch Milch verwenden, nur sollte dann ein Stück Butter mit dazu kommen. Und jetzt wird alles schon vorbereitet. Aufs Teller Kartoffelpüree, das Sauerkraut heiß gemacht und dann die Würstler dazu. Und schon ist das Mittagessen fertig. Ein sehr schmackhaftes Essen. Euch wünsche ich guten Appetit. Und hier ein kleiner Vorgeschmack. Burgerspitzler mit Sauerkraut. Das gibt es bei uns im Schwäbischen auch auf den Volksfesten. Aber zu Hause schmeckt es doch am besten. Tschüss, bis zum nächsten Menü.